Der Heilige Geist Der Heilige Geist Der Heilige Geist Dann ist Gott mit uns zufrieden Dann freut er sich über uns Wo uns Gott aber nicht helfen kann Wenn wir anfangen zu zweifeln Die Bibel sagt Es gibt nichts was Gott nicht tun kann Und die Bibel sagt Es gibt nichts was wir nicht können Wenn wir Glauben haben Aber ganz sicher Dieser Glaube muss aus dem Wort Gottes herkommen Nicht von dem Gedanken von Menschen Und heute möchte ich über einen Glauben sprechen Den wir eigentlich alle haben sollten Und dieser Glaube hat Einfluss auf unsere Gedanken Und auf unser Denken Ich bitte Gott dass er uns mit seinem Geist salbt Dass wir seine Wahrheit erkennen Und im Namen Jesu möchte ich die ganze Zeit Jetzt Gott anbefehlen Gott möchte dass wir einen Gedanken Der Fülle und des überfließenden Lebens haben In unserem Leben müssen wir Gott kennen Und wissen wie Gott zu uns steht Es ist der Wille Gottes Dass er seine Kinder segnet So dass wir wieder für andere zum Segen werden können In 1. Mose 12 Vers 1 bis 3 Vers 1 Vers 2 Das 2 geht weiter Von dir wird ein großes Volk abstammen Ich will dich segnen Und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein Ich will dich zum Segen für andere machen Vers 2 Vers 2 Vers 2 Das ist der Bund und das Versprechen Das Gott dem Abrahams gegeben hat Abrahams Er hat einen tiefen Glauben Er hat aber auch Gott gehorcht Und im Geistlichen sind 4 Kinder Abrahams Wir glauben an den gleichen Glauben Und dieser Segen und diese Verheißung Die Gott dem Abrahams gegeben hat Die kam dann auf den Sohn Isaak Und auch auf Jakob Das waren die körperlichen Kinder von Abrahams Und wir egal ob wir Schweizer oder Deutsche sind Im Glauben sind wir auch Kinder Abrahams Und so gilt diese Verheißung für alle Christen Die an Jesus glauben Und ich glaube dass ihr alle wollt Dass Gott euch segnet oder Und dann musst du auch glauben Dass dich Gott gebrauchen möchte Für die ganze Welt Im 2 Korinther 9 Vers 8 Er wird euch großzügig Mit allem versorgen was ihr braucht Ihr werdet haben was ihr braucht Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten Das ihr mit anderen teilen könnt Und das Neue Testament sagt uns genau das gleiche Dass wir für unser Leben Alles bekommen was wir brauchen Und nicht nur was wir brauchen Sondern noch mehr Damit wir weitergeben können Dass es überfließt Zum Beispiel dass wir Geld opfern Für die Armen Dass wir Geld spenden Für Arbeiter Gottes Im Reich Gottes Dass das Evangelium weitergetragen wird Dass wir auch unseren Eltern Geld geben Damit sie glücklich sind Dass wir unsere Häuser öffnen Und Leute einladen Und ein Festessen machen Oder überhaupt ihnen etwas zu essen geben Oder überhaupt sie ihnen etwas zu essen geben Psalm 23 Vers 5 Lesen wir Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde Du nimmst mich als Gast auf Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl Du überschüttest mich mit Segen Dass er uns mit Öl Das entspricht uns am Leben Und unser Leben hat so viel Segen Dass es überfließt Und fließt über zu anderen Wenn du möchtest Dass Gott dich segnet Außer dass du Gott gehorchst Und dich umkehrst Und dich hinkehrst zu Gott Fang an Wenn Gott dich ermahnt Lass die Sünde Und tue das was er dir sagt Und sei da für das Reich Gottes Aber da ist noch ein Punkt Der ganz wichtig ist Wenn wir den Segen Gottes bekommen wollen Wenn wir im Leben immer nur negativen denken Und alles nur im negativen sehen Dann kommt der Segen sehr schwer in unser Leben Es kann gut sein Dass wir schlechte Erfahrungen gemacht haben Dass uns oft das Geld gefehlt hat Wir kommen auch von einer armen Familie Und die täglichen Ausgaben Das Geld reicht immer nicht zu Und dann kommt uns der Gedanke Ach das muss wohl der Wille Gottes sein Dass wir immer arm und bedürftig sind Und dann kommt uns der Gedanke Gott will gar nicht Dass wir überflüssig haben Und dass wir auch mal in Urlaub fahren können Er möchte uns Dass wir immer so abhängig sind von ihm Oder wir haben nicht genug Geld Unseren Kindern eine gute Ausbildung zu geben Ich möchte euch Mut machen, ihr Lieben Wenn du ein Christ bist Der wirklich Gott glaubt und ihm vertraut Gehorche und gib dein Leben für ihn dar Auch wenn du jetzt gerade noch in ärmlichen Verhältnissen lebst Das bedeutet nicht, dass du immer so ärmlich leben musst In der Zukunft Unser Gott hat einen Namen Der heißt El Shaddai El Shaddai Das heißt auf Deutsch Mehr als genug Gott ist kein armer und ärmlicher Gott Unser Gott ist nicht so Dass es immer gerade so hinreicht Unser Himmlischer Vater Der hat mehr als genug Er hat mehr als noch mehr als genug Das ist dein Vater und das ist mein Vater Im Psalm 35 Vers 27 lesen wir Ich möchte alles lesen Alle die mir Gerechtigkeit wünschen Sollen jubeln und sich freuen Stets sollen sie sagen Groß ist Jahwe Der Freude hat am Wohl seines Dieners Seht ihr, Gott freut sich Wenn es seinen Dienern gut geht Ich hoffe wirklich Dass ihr Menschen seid Die Gott dienen und ihm gehorchen und ihm vertrauen Dass du jeden Sonntag in die Gemeinde gehst Dass du mithilfst Das Evangelium zu verkündigen Und Jünger zu lehren Ich hoffe nicht Dass du ein Christ bist Der einmal im Jahr in die Kirche geht Nämlich an Weihnachten Und das Wort Gottes sagt sehr deutlich Gott freut sich über seine Diener Die ihm dienen Eigentlich sollte jeder Christ ein Diener Gottes sein Ich zum Beispiel Er ist ein Arzt Der Operationen am Gehirn macht Ich habe meinen Beruf Heute habe ich drei Leute operiert Und ich bin wirklich kaputt Aber kaum war ich fertig im Krankenhaus Kam ich hierher Um geistliche Speise auszuteilen Meine Frau ist Hausfrau Aber sie dient Gott genauso Wir gehen jeden Sonntag in die Gemeinde Vom ersten Tag an Als wir zum Glauben gekommen sind Gingen wir regelmäßig in den Gottesdienst Gott hat uns versprochen Leuten die ihm dienen Die wird er auch reichlich versorgen Überreich Es kann sein dass du jetzt noch nicht so überreich bist Aber es ist ganz wichtig Dass du anfängst dein Denken zu verändern Dass es möglich ist Dass du auch reich wirst Und wenn wir in unserem Denken So denken wie Gott denkt Dann wird das auch in die Realität kommen Ihr Lieben Deine Zukunft wird von deinen Gedanken Von deinen Vorstellungen bestimmt Wenn du ständig deine Gedanken darum kreisen Ach ich bin arm Und es wird nicht besser Und es wird immer nur noch schlimmer Und du denkst ständig Ich bin krank Ich bin schwach Und dann sprichst du das immer wieder aus Im Negativen Dann kannst du Gott keine Vorwürfe machen Denn es geschieht immer Das was du glaubst Und was du aussprichst Unser Glaube und unser Reden Hat Auswirkungen auf unser Leben Wir sollten jeden Tag meditieren Über die Zusagen Gottes Dass wir uns darüber Gedanken machen Ich bin ein Christ Den Gott sehr liebt Und ich suche das Reich Gottes Dass es vorangeht Gott wird mich segnen Und Gott freut sich Wenn es mir gut geht Und wenn ich viel Geld habe Oder viel Güter habe Die ich weitergeben kann Und du wirst erleben Dass Gott dich anrührt Dass dein Leben verändert wird Und wenn seine Hand dich anrührt Dann wird er dich upgraden Dann wird er dich hochheben In der Bibel lesen wir über die Hebräer Das steht im zweiten Mose Buch Und im vierten Mose Buch Die Hebräer waren viele Jahre Sklaven in Ägypten Dort waren sie sehr, sehr arm Und Sklaven mussten dienen Sie haben von Tag zu Tag Es immer gerade so geschafft Und sie mussten ständig Unter diesen Sklaven treibern leiden Sie haben sie geschlagen Und geprüst Und sie hatten nicht genug zu essen Sie wussten nicht Was werde ich morgen zu essen haben Aber eines Tages Kam die Hand Gottes Und Gott hat den Mose gebraucht Die Kinder Israel aus Ägypten herauszuführen Und dann sind sie herausgekommen Aus Ägypten Und waren in der Wüste Und Gott wollte sie In das verheißene Land Kanaan führen Und in der Wüste hat Gott sie ständig vom Himmel her gespeist Mit der Speise Mana Jeden Morgen kam das Mana vom Himmel Und sie konnten es auflesen und essen Und es hat immer gereicht für einen Tag Diese zwei Millionen Hebräer haben nie Hunger gelitten Und es hat immer gereicht für diesen Tag Aber sie konnten nichts aufheben für den nächsten Tag Und die 40 Jahre die sie in der Wüste waren hatten sie die gleichen Kleider an Die Bibel sagt ihre Kleider ihre Schuhe haben 40 Jahre lang gehalten sie sind nicht verrottert oder kaputt gegangen Das Mana dass Gott nicht nur einen Anzug gibt denn Gott ist ein reicher Gott Die Bibel hat Gott hatte Gott geplant dass sie in wenigen Tagen nach Kanaan kamen die Bibel die Bibel die Bibel hat die Bibel und die Bibel und die Bibel Und alle die Geschichten aus dem Alten Testament, das sind eine Vorschattung, das sind Beispiele für unser Leben. Und wenn wir dieses Leben der damaligen Israeliten kennen, dann können wir sehr deutlich erkennen, es gibt drei Stufen im Leben. Die erste Stufe ist Armut und wo alles kümmerlich und jämmerlich ist. Oder krank und schwach und kann nichts richtig tun. Oder man hat ständig Streit in der Familie und Probleme und Schwierigkeiten, ständig. Und das Leben ist unter der Sklaverei des Teufels, der Stiehlt und uns alles Tödet und kaputt macht. Die zweite Stufe ist das Leben in der Wüste. Hat man immer gerade so genug für jeden Tag, jedes Jahr und das reicht immer gerade so hin. Und jedem Monatsende bleibt nichts übrig. Es reicht gerade so hin. Und da bleibt nichts übrig. Andern zu helfen oder den Verwandten mitzuhelfen. Und die dritte Stufe ist im Land der Verheißung. Da hat man genug für sich selber, aber noch übrig, anderen zu helfen und andere zu fördern. In diesem Land der Verheißung, da ist Milch und Honig, das fließt über. Habt ihr mal einen Wasserfall gesehen? Und da fließt das Wasser ständig und kommt herunter ohne aufhören. Dass es fließt, das heißt es hört nicht auf. Es fließt und fließt und hört nicht auf zu fließen. Und in dem Land der Verheißung, da waren die Trauben so groß, dass zwei Männer eine Traube tragen mussten. Gott hat seine Kinder, die Kinder Israel, aus Ägypten herausgeführt. Und dann waren sie eine Zeit lang in der Wüste. Gott wollte eigentlich, dass sie in wenigen Tagen in das Land Kanaan kommen, in das Land der Verheißung. Und der höchste Wille Gottes war nicht, dass sie in der Wüste bleiben sollten so lange. Der Wille Gottes war da eigentlich, dass sie in wenigen Tagen in das Land der Verheißung reinkommen. Und das ist auch der Wille Gottes für die Kinder Gottes heute. Und Gott möchte, dass wir in dieses überfließende Leben so schnell wie möglich hineinkommen. Und ich möchte euch Mut machen, auch wenn ihr jetzt noch Schulden habt und wenn es euch gar nicht gut geht. Oder ihr seid krank und schwach und habt immer Probleme und Schwierigkeiten. Gott hat euch nicht vergessen. Macht euch keine Sorgen. Gott, der die Vögel im Himmel versorgt. Und der die Blumen und alles wunderbar geschaffen hat. Er sorgt sich und versorgt dich mit allem, was du brauchst. Jetzt gerade kann es sein, dass es dir gerade so geht, dass es du gerade immer noch genügg hast. Jedes Monatsende ist halt das Geld alle. Ich hoffe, dass du nicht murkst und gegen Gott aufbegehrst. Und ich möchte, dass Gott seinen Atem, seinen Heiligen Geist in dein Leben hinein bläst. Und dieser Heilige Geist würde dich in das Land der Verheißung hineinführen. Und die Wüste, in der du jetzt gerade bist, das ist nur eine vorübergehende Zeit. Und eigentlich solltest du in diesem Zustand gar nicht so lange aushalten müssen. Das ist ein Übergang. Und während dieses Übergangs, das ist eine Prüfung für dich. Er wird dein Glaube geprüft. Deine Ehrlichkeit geprüft. Gott möchte sehen, dass du glaubst und vertraust, dass du ihm auch immer wieder Danke sagst. Gott hat dieses Land der Verheißung schon längst vorbereitet für dich. Und er möchte dich hineinführen in das Land, in dem Überfluss ist und wo alles überfließt. Und da wirst du mehr als genug haben. Und wenn du auch jetzt noch in der Wüste bist. Denke nicht daran, ein Haus dort zu bauen. Und dass du da immer für immer sein willst. Auch wenn du jetzt noch in der Wüste bist, aber richte dich nicht häuslich da ein. Du bist ein Kind des großen, herrlichen Gottes. Und weil du ein Kind bist, brauchst du nicht dort zu bleiben. Aber glaube fest, dass Gott dich segnen wird. Und wenn du dich meditiert, oder wenn du dich mit dem Gehreißen kannst, wenn du dich mit dem Gehreißen kannst, wenn du dich mit dem Gehreißen kannst. Und wenn du dich mit dem Gehreißen kannst. Meditieren. Denke immer darüber nach. Eines Tages wird Gott mich herausführen aus der Wüste und wird mich in die Fülle hineinbringen. Philipp 4, Vers 19 lesen wir. Und mein Gott wird euch aus einem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Ich möchte euch schmutz machen. Auch wenn es euch jetzt gerade so geht, dass es gerade so hinreicht. Gib dich nicht damit zufrieden. Und du wirst vielleicht sagen, ich habe keine Chancen, reich zu werden. Ich habe keine guten Fähigkeiten und ich schaffe es einfach nicht. Mein Gehalt ist einfach klein. Und du sagst dir immer, da gibt es keinen Ausweg. Es bleibt immer so, wie es war. Ich möchte euch Mut machen und sagen, deine Zukunft hängt nicht davon ab, wie es dir jetzt gerade geht. Deine Zukunft hängt davon ab, dein Gott, wer ist dein Gott? Wie groß und herrlich ist dein Gott? Wenn Gott dich segnet und dich berührt mit seiner Hand, dann wird alles anders werden. Du wirst vielleicht denken, ja, meine Großeltern und meine Eltern, die waren auch arm. Meine Eltern hatten auch kein viel Geld zum Verbrauchen. Der Hund meines Vaters war auch mager und kümmerlich. Glaube fest daran, dass du nicht in die gleiche Fußtapfen deiner Vorfahren gehen musst. Vielleicht hast du als Kind immer wieder gehört, wenn du Reis hast und ein bisschen Fischwasser, das reicht. Denk bloß nicht daran, dass du jetzt ein Steak jeden Tag essen kannst oder Meeresfrüchte. Ich möchte euch Mut machen, ihr kommt aus diesem Zustand heraus. Aber du musst glauben und deine Gedanken auf das Positive richten und wissen, ich komme da raus. Gott wird mein Leib heilen, dass er stark und gut wird, heil wird. Und meine Schulden werden zu Ende gehen. und dann wird Gott öffnen, dass ich mehr Geld und dass ich mehr verdiene. Ich möchte der sein, den Gott für mich nach seinem Plan für mich bestimmt hat. Ich werde treu in die Gemeinde gehen und auch wenn ich mit dem Bus in die Gemeinde fahre, ich werde gehen. Ich werde beten und die Bibel lesen. Ich werde Gott dienen, so viel ich kann. Ich werde ehrlich und wahrhaftig Gott gegenüber sein. Ich werde zuerst das Reich Gottes suchen. Und eines Tages werde ich nicht nur Reis und Fischwasser essen, sondern gutes Essen haben. Und ich glaube fest, dass ich stark werde und in der ganzen Welt seine Güte verkündige und sage, Gott ist gut. Ich kenne einen Diener Gottes, der lebt in Thailand. Als er anfing, Gott zu dienen, war er etwa 20 Jahre alt. Und durch einen Freund kam er in Schulden über eine Million Barat. Und dann kam er zum Glauben an Jesus und er musste sein Auto verkaufen um damit diese Schulden zu bezahlen. Und er ist jeden Sonntag mit dem Bus in die Gemeinde gefahren. Er war auch als er noch viele Schulden hatte, er ist jeden Sonntag in die Gemeinde gefahren. Und hat Gott treu gedient. Normalerweise brauchte es sechs, sieben Jahre lang, bis man so viele Schulden abgezahlt hat. Und Gott hat ein Wunder getan. In sieben Monaten war er alle Schulden los. Und jetzt hat er genug Geld in andere Provinzen zu fahren, um das Evangelium zu verkündigen, auch ohne auf Menschen angewiesen zu sein. Gott hat ihn herausgeholt aus der Wüste und in das Land der Verheißung gebracht. Ich hoffe, dass diese Lehre euch Mut macht. Und wir werden nochmal über diese Sache reden. Vergesst nicht, weiterzuhören bei der nächsten Sendung. Danke für die Zeit, die ihr auch mit uns verbracht habt. Macht andern Mut Gott zu dienen. Ich möchte euch Mut machen, treu und geduldig Gott nachzufolgen. Und ich möchte und habe ein Wunder in der Wunderschöne und Wunderschöne und Wunderschöne und Glaubt an Gott und halten daran fest. Gott will, dass es dir gut geht und dass du reich wirst und dass du gesund bist. Wenn du das machst, wirst du die Hand Gottes bewegen, dass er eingreift in dein Leben. Vielen Dank, Gott segne euch. Und bei der nächsten Lehre werdet ihr wieder dabei sein, oder? Es lohnt sich wirklich. Die Bibel sagt, dass Gott das Wort Nahrung für den Heiligen Geist ist. Ich bin mir sicher, dass ihr die himmerische Nahrung durch dieses Video erhalten habt und dass Gott euch Kraft und Salbung schenkt und euch auf euren Weg begleitet. Bitte den nächsten Teil folgen. Savat Dicha es